Unser Planet leidet an der hohen CO2-Belastung. Das wirkt sich fatal auf Gletscher, Meer, Wälder und auf Tierwelt aus. Vor allem werden Menschen im Süden der Klimaerwärmung immer stärker betroffen. Klimaerwärmung ist ein weltweites Problem, das die Menschheit rasch und nachhaltig lösen muss. In erster Linie gilt es, den Ausstoss von CO2 zu vermeiden und in zweiter Linie die CO2-Belastung mit sinnvollen Klimaprojekten zu kompensieren. Jeder Besucher kann seinen persönlichen Fussabdruck am Computer machen. Es wird ein gutes Aha-Erlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017